So, dann mal recht herzlich willkommen zu Planet Coaster. Mal eine kleine Abwechslung zu Ark. Das Spiel ist gerade bei Steam im Angebot und da ich schon seit ein paar Wochen, Monaten darauf schiele, habe ich mir das jetzt mal geholt und dachte mir, ja, können wir mal eine kleine Let's Play Reihe nebenbei machen. Neben unserem Ark Community Server, der weiter herläuft. Ja, und wir fangen einfach mal an, uns hier einen kleinen Park zu machen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Spiel starte. Also ich habe auch noch keine Ahnung, was uns erwartet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mit Karriere anfangen. Hm, oder Karriere oder Sandbox. Starte einen neuen Park ohne jede Vorgaben und verlasse einen Plan. Keine Ahnung. Ich wäre fast dafür, dass wir mit einem Sandbox anfangen. Weil ich bei den meisten Spielen, dass ich da Karrieremodus direkt oder Kampagne direkt überspringe und einfach im freien Modus starte. Weil ich einfach ein bisschen rumprobieren will. Gucken. So, wo spielen wir denn? Ja, eine Bauaufwand, Sandgrünwiese, Sandige Fläche, Freizeitort und deiner Träume. Ja, schöne Kuhglocken. Hm. Ich bin am überlegen, entweder Tropen oder Laubwald. Hm. Hene Mene Mo. Raus bis... Du. Achja. Wir nehmen den Laubwald. So, wie nennen wir es denn? Wir nennen es mal... Let's Play Park 1. Mal sehen, wie weit wir kommen. Auch schon Jahre her, dass ich so ein Spiel das letzte Mal gespielt habe. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe ziemlich Laune auf das Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Zusehen. Und wir gucken einfach mal. Grundlegende Steuerung. Auswählen, Escape, Schließen, Aufheben, Kamera schwenken, Kamera zoomen. Hm, Kamera drücken. Ah, schön. Okay, die Kamera ist so ein Schauen wir mal. Man scheint unbegrenzt Geld fürs Erste. Ja. Wie gesagt, da wir die Kampagne nicht spielen, muss ich mich jetzt selber erstmal ins Spiel reinfinden. Achterbahn, Fahrgeschäfte, Läden, Szenerie, Gebäude, Schienenfahrgeschäft, Achterbahn. Ach, hey. Ich leiste hier auch. Ah. Viel besser. Ja, ich glaube, hier können wir uns ordentlich austoben. Ach, fürs Erste suche ich jetzt erstmal eine Straße. Ich weiß nicht, ob der das von Anfang an baut. Dum, dum, dum. Fahrgeschäfte. Ah, ist ja auch süß. Läden und Servicegebäude. Ja, ich denke jetzt in der ersten Folge werden wir uns erstmal hier so ein bisschen alles angucken. Und in der nächsten Folge geht es dann richtig los. Und ich habe die Wege gefunden. Weg platzieren, Weg löschen. Ah, das ist ja cool. So. Was nehmen wir denn? Ich denke mal, wir nehmen einfach einen Pflasterweg. So. So. Aha. Okay, man baut anscheinend immer nur ein Stück. So. Genau. Das wird unser Eingangsbereich. Erstmal die Steuerung gewöhnen. So. Fangen wir mal an, hier hoch zu gehen. Sehr, sehr, sehr cool. Ah, ich bin jetzt noch von City Skylines gewöhnt, dass die Kamera sich immer mitbewegt mit dem Mauszeiger. Wupp. Okay, da haben wir einen Weg erstmal platziert. Ach, das ist ja auch cool. Warte. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Haben hier ziemlich viel auszuprobieren. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier wieder so ein Eingangsgebäude gibt, aber es sieht nicht so aus. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ah, da muss ich dann bestimmt einschalten. Ah. Übersicht. Gäste. Verkauf der Tickets. Gucken wir mal. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Gebäuden an. Wir brauchen einen Imbissstand. Okay, okay. Ah, das Gebäude muss... Oha. Das muss erstmal reinladen. Alter. Das sieht ja schon mal sehr fett aus. Krass. Okay. Platzierung. Blah. Drehen. Drehen. Ich würde sagen, gleich am Eingang machen wir erstmal eine schöne Fressbude. Sieht doch nach dem Vordereingang aus, oder? Gucken wir mal. Wupp. Gucken wir mal. Oh Gott, an die Kamerasteuerung muss ich mich aber echt erstmal gewöhnen. Gut. Dann haben wir unsere Fressbude. Imbissgetränke. Ach, das Ding kriegt automatisch hin. Okay. Drehen. Aha. So drehen wir. Dann gibt es nämlich hier drüben gleich mal die Getränke. Dann haben wir Essen und Trinken schon mal. So näher. Toiletten. Schön. Dicke. Okay. Die bekommen alle Weganschluss. Das Ding aber nicht. Sehr merkwürdig. Ah, da kommen auch schon die ersten Gäste. Toilettenhäuschen. Okay. Okay. Erste Hilfe. Festliche Erste Hilfe. Piraten. Ah, Piraten Erste Hilfe. Cool. So. Dann gehen wir mal hier wieder auf Wege. Hier. Ich würde sagen, das Erste Hilfe Gebäude kommt hier hin. Wupp. Ihre Läden sind vom Parkeingang aus nicht zu erreichen. Wahrscheinlich das Ding hier, ne? Verstehe ich aber nicht. Müsste es denn nicht automatisch irgendwo einen Zugang zum Dings bekommen? Wo muss ich denn hier extra machen? Ah. Ah. Okay. Es bekommt eine Treppe. Da kann ich hier auch so reinzoomen. Okay. So kann ich mit dem WASD kann ich die Maus anscheinend auch bewegen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Kann ich hier auch hoch? Ich will die Treppe hoch. Schweinerei. Okay. Cool. Okay. Da gibt's Essen. Da gibt's Essen. Da gibt's Essen. Da haben wir noch einen Getränkestand. Toiletten. Toilettenhäuschen. Auch die erste direkt rauf. Blub. Ne? Wollen wir nicht mal auf Toilette verfolgen hier? Schick, schick, schick. Ja. Okay. So. Schön, schön. Ja. Da muss ich echt erstmal alles ein bisschen rumprobieren. Building. Achso. Haben die gar keine... Ich dachte die wären gleich benannt oder sowas. ist ja auch creepy. Was haben wir hier? Toilettenblock 2 ist vom Parkeingang aus nicht zu erreichen. Hotdog. Chief Beef. Okay, das sind die beiden Dings. Okay. Sehr, sehr merkwürdig. Egal. So, was haben wir hier noch? Geldautomaten. Auch schön. Immer wichtig im Freizeitpark Geldautomaten. Ah, siehste, hier sind Parkeingänge. Wusste ich doch, dass die irgendwo gibt. So, festlicher Eingang, Dings. Ein großer Pirateneingang. Der ist wahrscheinlich, alter, viel zu groß. Viel zu groß. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber den würde ich schon ganz gerne bauen. Muss ich den hier drüber platzieren dann eigentlich? Aha. Aha. Okay, 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 okay. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. So, so, so. Ah, wir können ihn jetzt nicht hier drüber platzieren. Okay, aber hier können wir ihn hinplatzieren. Hmm... Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Gut. Soviel dazu. Zack, weg, 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 weg. weg. Das wird uns am Anfang eventuell noch öfter passieren. Aber dann machen wir es diesmal gleich richtig. Zack, 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 zack. Na, komm. Das ist schon ein bisschen merkwürdig hier mit Gehwege entfernen und sowas. Kann ich das Eingangsröschen auch wegnehmen? Na. Alter. Okay, okay, okay. Habe ich auch schon mal schöner gesehen. Kann auch sein, dass ich gerade einfach zu blöd bin, hier eine schnellere Funktion zu finden. So, dann haben wir das. So, so. Gibt es bestimmt noch viel coolere Sachen. Ah, dann gibt es auch noch einen kleinen Pirateneingang. Ah, wir wollen ja gleich einen richtigen machen. So, zack. Den bauen wir da hin. Ich weiß nicht, ob der Eingang hier vorne jetzt trotzdem noch zählt. Aber das werden wir dann schon merken. Okay. Schön. Und zack. Gut, dann hätten wir hier erstmal unseren Eingang. Ja, hier werden wir eine Menge Zeit mit Bound verbringen. So, so, so. Wie bauen wir denn jetzt weiter? Schön. So, dann haben wir hier erstmal wieder einen Anfang. Dann Alter, ich finde es mit diesen Gehwegen aber mega merkwürdig. Okay. So. Wo waren wir denn vorhin? Also, wir hatten eine fette Fressbude. Die kommt... Direkt mal hoch. Also, hier kommt die Fressbude hin. Dann... Getränkehütte. Vorbei, von da aus soll es eigentlich weitergehen. Weg. Also... Da kommt die Getränkehütte hin. Super. Die Toilette passt hier nämlich hin. Die zu beiden Seiten Eingang. Das ist ja lustig. Die hat zu beiden Seiten Eingang. Aha. Deswegen war die vorhin auch nicht verbunden. Und dann... So. Zack. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Wobei der Weg jetzt hier natürlich ein bisschen scheiße ist. So. 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 Ja, so ist doch schon besser. Ja. Das passt so. 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 Wollen wir hier einen Weg? Können wir den von hier aus auch wieder runter machen? Äh. Okay. Warte mal. Hier stand doch irgendwo. Gehweg anheben. Ähm. Ah. Schön. 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 Das hier fällt mir gut. Bopp. So. Ich würde sagen, den Eingangsbereich haben wir. Aber was ist das? Was ist zum... Will ich's wissen? Gehört das zur Treppe? Ja. So ist doch schön. Schon besser. Gut. Dann haben wir hier unseren Eingangsbereich. Ich weiß gar nicht, ob hier Schlange stehen müssen. Verkaufte Tickets. Finanzen. Aha. Standard. Preis pro Gast. Familie. Klammern pro Kind. Äh. Machen wir mal auch so. Mhm. Okay. Muss ich das... Ah. Aha. Okay. Parkeingang 1 ist eingestellt. Okay. Der stellt hier anscheinend gleich ein. Ja. Okay. Ich hab schon kurz überlegt, ob ich die einzelnen einstellen muss, aber... Das geht anscheinend so. Schön. So, haben wir jetzt wieder alles gebaut. Erste Hilfe haben wir noch nicht gebaut. Geldautomaten. Zuvenirläden. Ist schon noch groß. Ah, das geht eigentlich. Ach, cool, cool. So. Dann. Kommt hier lang wieder dieser Erste Hilfe laden. Piraten Erste Hilfe. Bop. Haben wir. Das Ding auch eine Vorder- und Rückseite. Schön zu machen. Ah, okay. Das Ding kommt mal da hin. Haben wir nämlich das, das. Das. Information. Ach du Scheiße. Okay. Hast du ein bisschen größer. Kommt da drüben hin. Ja, bevor wir die ersten Fahrgeschäfte bauen, bauen wir erstmal die ganzen Stände hier. Fehlt noch ein Souvenirladen. Piraten Schiffbruch, Piratenhafen. Okay. Dann. Wir bauen. Wir bauen eine Piraten Schiffbruch. Und gucken, wo ist die Tür. Da ist die Tür. Das Vanilladen kommt natürlich am Ausgang hin. Gut. Dann haben wir unseren Parkeingang soweit schon mal fertig. Genau. Dann. Dann brauchen wir wieder Gehwege. Die alle erst durch die Futterstation durch sollen, bevor sie zu den Fahrgeschäften kommen. Ich würde sagen, so ein paar kleinere Fahrgeschäfte können hier hin. Oder wir bauen erst die Geschäfte. Und dann den Gehweg. Das geht natürlich auch. Nervenkitzel. Für die kleinen Kinder an der S-Station gibt es mal kleinere Sachen. Bumpin' derby. Turtle Plane. Tum, Tum, Tum. Was ist das hier? Ach, schön. Okay. Haben die Dinger auch eine vorder- und rückseite? So. Okay. Falscher Status geschlossen. Eingang platzieren. Okay, da kommt der Eingang hin. Zack. Der Ausgang kommt hier hin. Dann verbinden wir hier mal einen Weg. Ah, Warteschlange. Warteschlange. Dann war doch mal die Holzweg-Warteschlange. Die Warteschlange sind einfach was. Entwurf wäre ungültig. Warum? Warum? Bestimmt zu kurz. Und das probieren wir nochmal schnell, bevor es zur nächsten Folge geht. So, und die Warteschlange wird jetzt hier herangebaut. Zack. Und der Ausgang wird, glaube ich, nur mit einem Weg gemacht. Gut. Das sieht soweit funktionsfähig aus. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.